Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Testen Video von mir, ich bin Exos und in diesem Video gibt es mal wieder den Wochen Reset. Etwas später habe ich dachte ich zeige es trotzdem noch kurz, damit jeder informiert ist. Wir haben die Dämmerung, bei der Dämmerung wäre aktiv episch, Feine sind gut gepanzert, hochaggressiv und entscheidend in grosser Anzahl. Dann Berserkala, keine Dunkelheit, weichen nicht zurück, selbst wenn sie massiven Schaden erleiden. Kleinwaffen, Primärwaffen, Schaden wird begünstigt, Spreu, Spielradar ist deaktiviert und frische Truppen, manche Feindeseinheiten haben Verstärkung bekommen. Aktiv wäre der Monströsitätenraub, falls man die Dämmerung in dieser Woche machen möchte. Bei der Vorhut hätten wir dieses Mal aktiv und zwar Heroischfeinde erscheinen in grosser Anzahl und sind aggressiver, dann Kleinwaffen, Primärwaffen, Schaden wird begünstigt, frische Truppen, manche Feindeseinheiten haben Verstärkung bekommen und luftgeschützt. Spiele verursachen mehr Schaden, wenn sie sich in der Luft befinden. Dennoch für alle Arena-Junkies auf dem Riff hätten wir natürlich noch die Arena. Hier hätten wir aktiv Granatenkill-Bonus, Spezialist Solar-Waffen, also Solar-Entflammen. Das heißt wir machen mit Solar-Waffen mehr Schaden, falls man die Arena noch abschließen möchte. Dann gehen wir zu den Challenges. Hier bei den Challenges, also die Raid-Challenges, diese Woche wäre Urix dran und zwar mit Golgorod, Urix und Kriegspriester. Die drei als Herausforderung wären aktiv. Wir haben hier auch auf dem Grabschiff, können wir auch so direkt auswählen, damit man das vielleicht noch sieht, sind diese Challenges, die aktiv sind. Damit ich es trotzdem noch gesagt habe, falls man noch Hilfe bräuchte bei dem Raid, ich blende in der Infokarte noch die Playlist ein von dem kompletten Raid und zusätzlich auch noch die Challenges. Das heißt Golgorod, Kriegspriester und Urix sind da eingeblendet, falls man an den einzelnen Stellen gar nicht weiss, was man machen muss. In dem Video alles erklärt, Schritt für Schritt, damit da jeder versteht, wie das Ganze abläuft. Bei Shiro hätten wir folgenden Beutezüge noch aktiv. Du schockst mich, benutze Akkus-Schaden, um Gefallen auszuschalten, das ist relativ einfach. Dann zieh den Stecker, eliminiere gefallene Majors und Ultras. Dann hätten wir Bleib-Unten, besiege Gefallene und zu guter Letzt Schweber, schließe Begegnungen mit Schwebern in der Auchen-Schmiede ab. Dann bei der Lieben-Klub-Darchin hätten wir Skuris andenken. Wenn dann Super-Fahrscheinlich aufgeladen ist, laden sich die Super-Fähigkeiten von Verbündeten in der Nähe durch Kills schneller auf. Das heisst, man muss Killstar machen, damit die Fähigkeit aktiv wird. Das wurde gepatcht, das war früher ja ein bisschen anders. Dann Radegasts Andenken gewährt die Fähigkeit, Energieprojektile abzuwehren. Wenn man ein Schwert führt, erhöht Schwert-Munitionskapazität. Und zu guter Letzt Gileons Andenken gewährt ein detailliertes Radar. Radar bleibt auch, wenn man das Zielvisier bei der Primärwaffe benutzt. Übrigens wäre auch noch das Eisenbanner aktiv diese Woche. Wenn man da mehr Infos braucht, in der Infokarte wäre auch noch ein Video verknüpft zu dem Ganzen. Wenn man das natürlich haben müsste. Bei Savala hätten wir dann natürlich noch die Beutezüge. Strike-Elite verdienen Medaillen mit dem Titel Goldstufe erreicht, Silberstufe erreicht und Bronzestufe erreicht. So wie er es eigentlich fast jedes Mal dabei hat. Dann Sonnenaufgang, verdiene eine Goldstufe erreicht Medaille in der Dämmerung bevor die Zeit abläuft. Hier haben wir übrigens die Möglichkeit die Icebreaker zu kriegen als, naja, als Drop, als exotischer Drop ist möglich. Und aufräumen erreiche mit deinem Einsatzgrupp 150 Gegner-Kills bei einem Siva-Krisis-Strike, um brutale Effizienzmedaille zu verdienen. Bei Shucks hätten wir die Shucks-Beutezüge noch, die Jagd nach Ruhm und Ehre. Hier müssen wir in Vorherrschaftsmatches einfach Matches abschliessen, Kills machen, Credits sammeln und Signer verweigern. Dann zusätzlich hätten wir noch Kontrollübernahme. Hier müssen wir einfach bei Kontrolle Spiele machen. Da müssen wir auch B als erstes einnehmen als eine Fähigkeit, dass wir abschliessen müssen. Bedeutet also Kontrolle startet, nehmt als erstes B ein und dann habt ihr diesen Punkt abgeschlossen. Ansonsten einfach Kills machen, Spiele spielen und ich glaube Zonen einnehmen wären auch noch drauf, um den Loot von diesen Beutezügen zu kriegen. Zudem ist jetzt neu neben dem lieben Shucks auch noch der, naja, der andere Bart vom Schmelztiegel. Und der hat neu auch noch gewisse Fähigkeiten bzw. Beutezüge dabei, wo man dann Waffen rauskriegt. Hier haben wir die Möglichkeit mit Handfeuerwaffen, mit Impulsgewehren, Schrotflinten oder Scharfschützengewehren sowie schweren Waffen im Schmelztiegel, also im PvP-Kills zu machen, um diese Beutezüge abzuschliessen und da dann legendäre Waffen rauszukriegen. Ja, falls man das machen möchte, kann man das natürlich alles abschliessen. Verträgt sich natürlich sehr, sehr gut mit dem Eisenbanner, das heißt ich empfehle hier, wenn man so oder so viel Eisenbanner spielt, noch ganz kurz diese Beutezüge hier zu kaufen und die von Lord Shucks, damit man da möglichst viele Beutezüge mit möglichst wenig Aufwand abschliessen kann. Das wäre es dann auch schon vom Wochen-Reset-Video gewesen, wenn es euch gefallen hat, lasst noch ein Like da und ich hätte noch eine Bitte an euch und zwar, wenn ihr noch irgendetwas ganz Bestimmtes dabei haben möchtet, also ihr möchtet noch, keine Ahnung, mir fällt leider gerade nichts ein, aber ich soll in dem Wochen-Reset-Video noch irgendeinen bestimmten Punkt zeigen, einen bestimmten Händler oder keine Ahnung, sonst irgendetwas, dann schreibt es doch in die Kommentare und je nachdem werde ich es dann im nächsten Wochen-Reset-Video dazu nehmen, damit ich dafür möglichst viele der Community viel zeigen kann in kurzer Zeit, dann müsst ihr die Sachen nicht selber bereisen, sondern könnt ganz kurz das Video gucken und dann wisst ihr auf einen Schlag, wo was ist und wo man was holen kann. Gut, dann das war es gewesen vom Video, eben lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat, würde mich sehr freuen und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann! Bis dann!